Ja, hallo ich uns zusammen zum nächsten Part, Golden Sun. Wir sind hier in diesem komischen Heiligtum auf dem Borafelsen und haben im letzten Part uns den... Wie ist der Zauber jetzt? Den Enthüller geholt, genau. Sollte man sich auf jeden Fall daran erkundigen, wie das Ding denn überhaupt heißt, ne? Es ist klar, ne? Haben wir uns wie gesagt im letzten Part geholt und ich suche jetzt in diesem Part, hatte ich mir jetzt gedacht, suchen wir uns irgendwie mal einen Ausgang. Also was ich glaube, wir haben noch einen kleinen Teil, den wir noch erledigen müssen. Den schauen wir uns gleich noch an, aber prinzipiell müssten wir jetzt im Großen und Ganzen fertig sein. Aber das schauen wir uns gleich genauer an. Also von daher erstmal kümmern wir uns um diese Gegner, Scharen und whatever. Sollte ja kein Problem sein, Mensch. So. Was hab ich hier denn alles schönes? Mars und du machst erstmal normalen Angriff. Egal, keine andere große Wahl. So. So, Cosmo ist ein Level aufgestiegen, das ist schon mal ganz nett. Ähm, aber ich suche jetzt erstmal einen Ausgang weiterhin. So. Also einmal kurz hier runter. Hooray. So. Und dann da raus. Wo auch immer das dann ist. Genau, warte mal. Genau, hier wollte ich noch weiter gucken. Genau. Was denn genau hier auf dieser Seite ist. Okay, nichts. Ja, das ist voll viel und so, ne? Hurra. Ähm. Total viel hat's total gebracht, aber egal. Ähm. Machen wir erstmal hier ein bisschen heilen und so. Und da ein bisschen angreifen. Und hier ein bisschen angreifen und dann läuft das alles. Und so. Okay. Ähm. Dann erstmal weiter hier durch die Gegend. Latschen, spazieren, whatever. Da ist noch irgendein Dings. Aber ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Von daher erstmal egal. Sollte ich mich vielleicht noch merken, dass dort noch etwas ist. Aber prinzipiell, keine Ahnung. So. Wo komm ich jetzt hier raus? Äh. Hier oben. Ähm. Hey. Was geht, man? Ach. Machen wir eben euch mal kurz fertig. Ähm. Dunst und du machst Jupiter. Ich glaub, das überlebt er zwar nicht wirklich. Aber, also, überleben tut er sowieso nicht, aber, äh. Alles davon werde ich eh nicht brauchen. Aber okay. So. Hier einmal rüber. Würde jetzt gerne einmal kurz, ähm. Ja, das Ganze abkürzen. Aber ich glaub, ich muss hier erstmal noch komplett einmal durchrennen. Hm. Tragisch aber auch. Aber naja. Kann man nichts dran machen. Ähm. Da müsste ich dann als nächstes hier hoch wieder. Genau. Und es ist echt riesig, Mann. Es ist verdammt riesig hier, äh. Übertrieben. So. Ups. Den hab ich nicht mehr geschafft. Egal. Nimm mal den nächsten. Zack. Rüber da. Los. Beweg dich, Felix. Hui. So. Hier dann raus. Und dann kämen wir da hin. Genau. Und da müssten wir dann wohin genau. Ich hab keine Ahnung gerade. Ganz ehrlich. Und so. So. Wahrscheinlich hier vielleicht oder sowas. Ich hab keine Ahnung gerade. Nicht den leisesten Schimmer. Da geht's nach unten. Nach unten wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nach oben prinzipiell. Nee. Da auch nicht. Da ist es auch doof. Ähm. Ich hab keine Ahnung. Hurra. Dann probieren wir mal den anderen Eingang. Ähm. Der geht sogar nach oben. Von daher ist es vielleicht sogar richtiger. So. Steinjustiz wieder. Wuhu. Wumms. So. Okay. Dann hier hoch. Und dann komm ich da hin. Ich hab immer noch keine Ahnung, was diese komische Statue da oben da bringt. Keine Ahnung. Nicht den leisesten Schimmer. Ich glaub aber einfach gar nichts. Keine Ahnung. Wer weiß. Könnte vielleicht irgendwas mit Dings machen, aber. I don't know. Wirklich. Ich hab keine Ahnung, ob der noch irgendwas. Ich könnte es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr es wisst. Aber ich hab keine Ahnung. Wenn da noch irgendwas ist, dann hol ich das noch nach, denke ich. Aber. Ähm. Gerade. Ich denke, das ist ein Schimmer. Kein bisschen. Ich hab, glaub ich, alles, was ich hier, äh. Kriegen kann und will. Also von daher. Geh ich erstmal weiter. Weiter erstmal im Text. So. Hab ich eben fertig gemacht. So. Sehr schön. Und dann da raus. Okay. Hier komm ich dann nach oben. Yay. Oben auf dem Bohrerfelsen wieder. Tralala. Tralala. So. Sehr schön. Okay. Okay. Dann wieder runter hier. Wer weiß, wo ich denn hier alles dann hinkomme. Ich hab nämlich keine Ahnung, wie ich dann, ne? Ein bisschen weiterkomme und so. Bla. Hey. Was geht ihr, klein? Dingara. So. Nehmen wir euch kurz mal fertig machen. So. Oder setzen wir mal Felix ein. Der ist jetzt gerade nötiger als sogar. Unglaublich, dass das mal passiert. Das ist jetzt gerade nötig. So. Zagern eingesetzt. Wumms. Gott. Die überleben das, ey. Das ist echt krass mal. Lass meine Jenna in Ruhe, die ist, äh, ne? Cool. Und ihr nicht. Und deswegen lasst ihr sie in Ruhe. So. Ähm. Nochmal strahl und du setzt dann genau das da ein. Jupp. Das da. Ihr setzt das da ein. Gute Idee. Okay. So. Dann jetzt weiter hier runter. Hier. Und dann. Ich hab gerade nicht den leisesten Schwimmermann. Ehrlich nicht. Was jetzt als nächstes hier am besten. Ob ich mir das vielleicht irgendwie abkürzen kann. Ich denke nicht. Aber naja. Egal. So. Hier glaube ich nicht. Entschuldigung, wenn da gerade irgendwas komisches war. Das war mein Mikro an das ich gekommen bin. Hm. So. Und dann würde ich sagen, geht es, äh, hier weiter. Ne? Ja, mal runter. Hui. Und dann da weiter runter. Und dann komme ich da denke ich mal zu nem Ausgang oder so. So. Vielen Dank. So, runter. Und dann da runter vielleicht. Nee. Hm. Kein Schwimmer gerade. Nicht den leisesten. So. Ja, irgendwie, irgendwie werde ich schon nach unten finden. So ist es nicht. Aber, ja, da ist es sogar, glaube ich. So. Das muss man auch erstmal finden, Mensch. Ne? Und, äh, so schnell geht das bei mir halt nicht. So. Ähm. Hier nochmal so ein paar Witzfiguren erledigen. Kanone und, äh, so. So. So, mach die mal eben kurz fertig. Äh, ja. So kurz eben mal. Haben doch ein bisschen mehr HP, sag ich mal, ne? Schon ein ganz kleines bisschen. Schön. So, Strahl. Und Jupiter. So, er ist erledigt. Und du machst den Strahl. Sehr schön. Okay. Ähm, dann hier jetzt runter. Irgendwo müssten wir ja dann jetzt zu einem Ausgang kommen und dann ist die Sache erledigt. So. Hier? War das hier? Ne. Nein. Die andere Seite. Hier dann, oder? Müsste es, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ach, Quatsch. Da setze ich keinen Dings dafür ein. Das ist Schwachsinn. Traumflut. Bam. Ich hab auch coole Sachen, von daher, ah, Schwachsinn da jetzt sowas einzusetzen. So. Okay, da sind wir hier raus. Ähm, ich würde jetzt einmal gerne, ähm, noch dort oben hingehen. Dort war ja irgendwie so ein komisches, verstecktes Dingsbums da. Das hab ich ja schon gesehen. Ein Teil der Jampi-Wüste. Ich weiß gar nicht, ob es da noch irgendwas Wichtiges zu entdecken gibt. Vielleicht gucken wir uns das jetzt einfach mal genauer an. Äh, nicht Wirbelwind. Ne, ne. Enthüller. Ein Psynergie-Stein. So. Okay, vielen Dank. So, wo kommt man dann jetzt hier hin? Ähm, Enthüller. Da ist nichts. Da ist immer noch nichts. Keine Ahnung. Vielleicht kommt man da raus oder sowas, aber... Keine Ahnung. Gut, ähm... Ich würde sagen, den Rest des Parts bewege ich mich jetzt einfach mal nach, äh, Garo. Laber dazu irgendeinen Scheiß und wirklich nach Garo reingehen. Tun wir jetzt im nächsten Part. Wenn euch das jetzt noch interessiert, was ich hier so laber, dann guckt nur ruhig zu. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich labern soll. Ich weiß nicht, es ist Wochenende. Und ich mach mal wieder nur Bullshit den ganzen Tag. Ich weiß nicht, meine Eltern sind heute unterwegs. Deswegen hab ich heute ein bisschen Zeit und, äh, chill mal ne Runde rum. Weil, ja, ne, sonst nichts zu tun halt. Bin ich ganz glücklich mal mit, weil, äh, letzter Zeit, wir haben immer eine Klausurenphase und... Boah. Schon ein bisschen anstrengend. Also, ähm... Ich bin schon ziemlich alle. Mittlerweile. Aber, naja, ich bin, denke ich mal, jetzt bald durch wieder. Also, von daher läuft das. Da sind wir schon in Garo. Yay! Okay, ähm, im nächsten Part gehen wir hier nach Garo rein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.